Wie schnell nimmt man beim Intervallfasten ab und wie viel Gewicht kann man verlieren? In diesem Video zeige ich dir anhand wissenschaftlicher Daten, welchen Gewichtsverlust du realistischerweise innerhalb welcher Zeit erreichen kannst, wenn du intermittierend fastest. Dafür schauen wir uns eine aktuelle Übersichtsarbeit an, welche die hochqualitativen Studien zum Gewichtsverlust durch Intervallfasten zusammenfasst. Natürlich ist die Kalorienbilanz entscheidend darüber, ob wir Körpergewicht bzw. Körperfett auf- oder abbauen. Da bei den meisten Fastenden ihre tägliche Kalorienaufnahme nicht überwachen bzw. bewusst an die beschränkte Essenszeit anpassen, ist es indirekt Gegenstand der Untersuchung, ob und wenn ja wie stark die Teilnehmer ihre Kalorienaufnahme durch das Intervallfasten reduziert haben. Dafür wurden ausschließlich randomisierte, kontrollierte Studien mit einer Interventionsdauer von mindestens 5 Wochen herangezogen, bei denen es eine Kontrollgruppe gab, die zeitlich uneingeschränkt gegessen hat. Entweder ad libitum oder mit einer gleich großen Kalorienrestriktion wie in der Interventionsgruppe. Unterschieden hat man dabei zwischen den drei am weitesten verbreiteten Arten des intermittierenden Fastens, nämlich dem alternierenden Fasten, der 5 zu 2 Diät und dem zeitbeschränkten Essen innerhalb eines Tages. Beim alternierenden Fasten geht es darum, jeden zweiten Tag zu fasten. So folgt auf jeden Fastentag, an dem auf jegliche Form der Kalorienaufnahme verzichtet wird, ein Tag, an dem beliebig gegessen werden kann. Eine modifizierte Form des alternierenden Fastens ist die 5 zu 2 Diät. Hier gibt es zwei feste Fastentage in der Woche, an welchen die Nahrungszufuhr auf 500 bis 1000 Kilokalorien pro Tag beschränkt wird. An den fünf übrigen Wochentagen darf hingegen beliebig gegessen werden. Von diesen beiden Arten unterscheidet sich das Time-Restricted Eating insofern, dass jeden Tag für eine bestimmte Zeit gefastet wird. So wird das tägliche Essenszeitfenster auf eine bestimmte Anzahl von Stunden beschränkt. In der Regel sind es 4 bis 8 Stunden des Essens, umgeben von einer Fastenperiode, in der nichts gegessen und lediglich Wasser und ungesüßter Tee oder Kaffee getrunken wird. Diese drei Arten des Intervallfastens unterscheiden sich sowohl im Zeitfenster der normalen Nahrungsaufnahme und des Fastens, als auch in der Kalorienzufuhr. Insofern bringen sie auch unterschiedliche Ergebnisse in Bezug auf den Gewichtsverlust hervor und müssen getrennt betrachtet werden. Schauen wir uns zunächst das alternierende Fasten an. In bisherigen Studien hat alternierendes Fasten bei übergewichtigen Personen nach einem Zeitraum von 8 bis 12 Wochen zu einem Gewichtsverlust von 4 bis 8% gegenüber dem Ursprungsgewicht geführt. Dabei hat das alternierende Fasten in einer Langzeitstudie nicht zu einer stärkeren Gewichtsabnahme geführt als in den Kurzzeitstudien, was darauf hindeutet, dass die Wirksamkeit ihren Höhepunkt nach 12 Wochen erreicht haben könnte. Einen ähnlichen Grad des Gewichtsverlustes hat die 5 zu 2 Diät hervorgebracht. Auch hier ist es in Studien zu einem Gewichtsverlust von 4 bis 8% gegenüber dem Ursprungsgewicht nach 8 bis 12 Wochen gekommen. Längere Fastenzeiträume von 24 bis 52 Wochen haben das Körpergewicht nicht stärker reduziert, was ebenfalls anzeigt, dass die Wirksamkeit der Diät ihren Höhepunkt nach 12 Wochen erreicht haben könnte. Weniger effektiv zur Gewichtsreduktion scheint das Time-Restricted Eating, also das zeitbeschränkte Essen innerhalb eines Tages zu sein. An den analysierten Studien hat es einen Gewichtsverlust zwischen lediglich 3 und 4% gegenüber dem Ursprungsgewicht hervorgebracht, wobei in einem Großteil der Studien gar keine signifikante Gewichtsveränderung beobachtet wurde. Die Literatur ist jedoch auch dahingehend begrenzt, dass es für das Time-Restricted Eating keine Studie gibt, die länger als 12 Wochen dauert, sodass es möglich ist, dass ein stärkerer Gewichtsverlust erst bei einer längeren Interventionsdauer aufgetreten wäre. Absolut haben die drei Arten des Intervallfastens bei übergewichtigen Probanden einen Gewichtsverlust von durchschnittlich 0,2 bis 0,5 Kilogramm pro Woche hervorgebracht, wobei es große Schwankungen gab und der Gewichtsverlust beim zeitbeschränkten Essen innerhalb eines Tages nicht signifikant war. Der Gewichtsverlust stammt dabei, ähnlich wie bei einer herkömmlichen Kalorienrestriktion, zu 75% aus Fettmasse und zu 25% aus fettfreier Körpermesse. In Bezug auf dieses Verhältnis ist das Intervallfasten nicht besser zum Fettabbau oder zum Erhalt von Magermasse geeignet. Es ist aber auch nicht weniger wirksam als eine traditionelle Diät. Der Hauptgrund, warum Menschen mit intermittierendem Fasten abnehmen, ist, dass es ihnen dabei hilft, ihre Kalorienaufnahme zu reduzieren. Daten aus Humanstudien zeigen, dass die verschiedenen Methoden des Intervallfastens zu einer ungeplanten Reduktion der Kalorienzufuhr führen, die zwischen 10 und 30% liegt. Dahingehend wird oft die Befürchtung geäußert, dass es zu einer übermäßigen Nahrungsaufnahme an Tagen kommen könnte, an denen wieder gegessen werden darf. So zum Beispiel beim alternierenden Fasten oder der 5 zu 2 Diät. Diese Sorge wird von vorliegenden Daten jedoch nicht bestätigt. So wird die fehlende Kalorienzufuhr an Fastentagen nicht vollständig durch eine erhöhte Kalorienzufuhr an den übrigen Tagen kompensiert. Das ist auch im Essenszeitfenster beim Time-Restricted Eating nicht der Fall. Über längere Zeiträume stellt sich nämlich die gerade genannte Kalorienreduktion von 10 bis 30% ein. Fassen wir die wichtigsten Ergebnisse noch einmal kurz zusammen. Die verschiedenen Methoden des Intervallfastens führen zu einer ungeplanten Reduktion der Kalorienzufuhr, die zwischen 10 und 30% liegt und einen moderaten Gewichtsverlust zur Folge hat. Dieser beträgt beim alternierenden Fasten sowie der 5 zu 2 Diät 4 bis 8% und beim Time-Restricted Eating 3 bis 4% gegenüber dem Ursprungsgewicht. In absoluten Zahlen und allgemein gesprochen kann man beim Intervallfasten einen Gewichtsverlust erwarten, der zwischen 0,2 und 0,5 Kilogramm pro Woche liegt. Aufgrund der Tatsache, dass die Kalorienbilanz entscheidend ist, können wir aber letztlich selbst steuern, wie viel Gewicht wir beim Intervallfasten verlieren und auch, ob wir überhaupt Gewicht verlieren. So gibt es viele Menschen, die in erster Linie wegen der potenziellen gesundheitlichen Vorteile intermittierend fasten, ohne gleichzeitig abnehmen zu wollen. Das ist ein berechtigtes Anliegen, das viele Menschen haben, die ohnehin schon eher schlank sind. In diesem Video bekommst du von mir wichtige Tipps, wie du es schaffen kannst, von den gesundheitlichen Vorteilen des Intervallfastens zu profitieren, ohne Gewicht zu verlieren. Ich freue mich sehr, wenn du es dir anschaust. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao! 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 Vielen Dank.